Herr Präsident, liebe Kollegen, liebe Besucher! Ich hatte eigentlich nicht vor, mich heute zu diesem Thema zu äußern, aber aufgrund der vorliegenden Äußerungen hat es mich eigentlich doch nicht mehr auf den Sitz gehalten. Und ich bin eigentlich erstaunt darüber, wie die Position der Aufsichtsratsvorsitzenden relativiert wird. Wenn man im Aufsichtsrat sitzt, hat man eine Verantwortung, egal wie. Natürlich bestellt und kontrolliert der Aufsichtsrat die Vorstellung und trägt letztendlich die Verantwortung. Es ist keine schuldrechtliche Verhandlung, es ist aber natürlich eine politische Verantwortung. Das muss man zugestehen und das Ergebnis sagt, sie haben die Verantwortung. Das Konzept, die Aufsichtsräte aus der Politik kommen oder dass sie aus der Politik in die Aufsichtsräte gehen, funktioniert aus diversen Gründen nicht. Ein Grund ist der Interessenkonflikt bei der Verschwiegenheit. Also da muss man sich wirklich mal Gedanken machen. Das gleiche Problem haben wir auch bei VW gehabt mit Ministerpräsident Weil. Das ist keine gute Lösung. Dann möchte ich nochmal 2012 ansprechen. Da wurde eine stille Beteiligung, die nicht haftendes Kapital war, in haftendes Kapital umgewandelt. Das heißt, diese 480 Millionen, die wir umgewandelt haben, würden, wenn wir sie nicht umgewandelt hätten, heute noch als Forderung bestehen. Es sei denn, es wäre zu wenig Kapital da gewesen. Dann hätten wir das ganze Disaster 2012 schon gehabt. Das nächste, was ich anmerken möchte, ist, dass man, wenn man so eine Unternehmensbeteiligung wie eine Bank hält, muss man auch Rücklagen haben. Das haben wir auch mal im Hafer angesprochen. Also ich kann nicht so eine Millionen- oder Milliardenbeteiligung halten, ohne dass ich entsprechende Gewinne thesauriere. Ein weiterer Punkt ist die Rolle der Wirtschaftsprüfer. Der Jahresabschluss der Landesbank war schon testiert, und zwar zu Fortführungswerten. Erst das Bafin hat im Nachhinein diese Fortführungswerte auf Exit gestellt und somit zu diesen Wertberichtigungen geführt. Ich habe bisher von den Wirtschaftsprüfern keinerlei Verlaubbarung gehört. Ich sage mal, das Testat war ja vorhanden, ist damit rückgängig gemacht worden. Aber die Wirtschaftsprüfer haben mich überhaupt nicht dazu geäußert. Das habe ich vermisst. Das war es eigentlich. Vielen Dank. Vielen Dank.